Bim! Überschreiben! So! Eieiei! Wo sind wir denn hier? Auf jeden Fall scheint hier niemand irgendwie in der Umgebung zu sein. Das ist schon mal ganz praktisch. Irgendwie hat gerade mein Controller vibriert. Ah, hier drin sind welche. Hinter dieser Tür anscheinend. Na gut, das soll uns aber weniger stören. Strebe entfernen. Gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. So! Ach! Ach! Immer diese komischen Heber hier an den Türen. So! Door is open! Was haben wir hier? Komische Tanks oder was das ist. Oh, da steht was. Bindemittel. Ich wollte schon sagen, war das alles hier. Hier ist ja noch eine Tür. Die Markierung am Rand des Bewegungsmeldes. Bewegungsmeldes zeigt ihr Ziel an. Die Markierung am Rand des Bewegungsmeldes. Ah, da, dieser. Okay, gut zu wissen. Leuchtfackel. Sehr schön. Benutzen. Na? Kommt keine Musik. Nix da. Oh, Geräuschemacher. Version 1. Ein Bauplan. Öffnen Sie das Menürad. Schrott. 10. Gut. Also, was haben wir denn jetzt? Einen Geräuschmacher. Was brauchen wir? Der Ladungspack. Okay, haben wir eins. Einen Sensor brauchen wir. Endlich können wir die Sensoren benutzen. Und Subkutane Impfstoffe. Nach der Aktivierung gibt diese selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltenden, schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. Das Gerät aktiviert sich vier Sekunden nach der Simplazierung. Okay, gut zu wissen. So, da basteln wir erstmal eins. Das sollte ja anfänglichst reichen. Haben wir hier drin noch was? Was ist denn das? Achso, so eingebaute Knöpfe im Sitz. Die keiner verwendet anscheinend. Hier können wir auch nichts bedienen. Und hier können wir einfach einen Hebel benutzen. LT halten. Oh je, was? Wieso hat der jetzt hier Pause gedrückt gehabt? Komisch. Hat irgendwie die Pause aktiviert. Ich hab's aber nicht von Hand aktiviert oder irgendwas gemacht. Was? Da ist jemand. Was haben wir denn da? Benutzen. Ah, guck mal. Da kommt was rausgefahren. Ein Ladungspack nämlich. Ich glaub, dahinter steht jemand. Kann das sein? Das macht mir zumindest den Anschein. Können wir das auch benutzen? Da kommt was rausgefahren. Oh, ein ganzer Koffer kommt hier gleich rausgefahren. Das ist ja wunderbar. Bindemittel und zwei Sensoren. Da können wir doch bestimmt noch einen Geräuschmacher bauen, oder? Ladungspack haben wir noch. Sensor haben wir. Und einmal subkutane Impfstoffe haben wir auch noch. So, da können wir nämlich den nächsten... Sensor... ...bauen. Ach, das Ding können wir da rumschmeißen. Nee, ich wollte eigentlich hier den Revolver nehmen. Sehr schön. So, hätten wir den Sensor auch noch genommen. Was ist das? Sicherheitszugangsgenerator. Oh. Können wir den auch mal wieder verwenden. Was? Ah. Wow. Zugriff gewährt. Cool. Es gibt also auch noch andere Sicherheitsmechanismen. Das ist mal... ...ne coole Abwechslung, wie ich finde. Taschenlampenbatterien. Auch nicht schlecht. Da war dann auch ein bisschen auf Lager. Haufen weißer Schrott hier. Inventar ist allerdings voll. Zum Verstecken halten, zum Verstecken halten. Wieso sollten wir uns überall verstecken hier? Ich gehe nochmal raus. So, wir hatten ja hier oben, konnte man ja auch hin. Aber ich glaube, das war... Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Ah. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, da waren wir ja schon richtig von Anfang an sozusagen. Dann gehen wir halt hier rum. Das kann mir doch egal sein, ob ich Zugriff habe oder nicht. So, hier ist ziemlich finster. Wie hat man nochmal die Taschenlampe aktiviert? Ach, Y war es. Genau. Ach, Ausmachen bringt dir gar nichts. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hughes? Welcher Hughes? Hörn Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na. Suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Naja. Uiuiui. So viel zur freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Wow. Hei, hei, hei. Wie können Roboter nur so programmiert sein? So aggressiv. Geht ja gar nicht. Ach, hier geht's hoch, oder? Nee. Hier geht's zum einen hoch oder so hoch. Können wir nicht klettern? Hier geht's lang. So, und hier wird's schon wieder hell. Deswegen mache ich nur die Taschenlampe aus. So, da liegt der Tod. Das ist eine Kamera. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Das ist der Aufzug, ne? So. Okay, das ist die Überwachungskamera. Die geht aber immer bloß bis zu der Luftöffnung hin. Das heißt, hier haben wir ein bisschen Ruhe. Suche, was hat der dabei? Ladungspack, Sensor und Revolver-Munition. Gut, hier ist gerade lustigerweise keiner. So, was haben wir hier? Ladungspack. Und auf Terminal anmelden. Ich glaube, da können wir uns mal fix anmelden hier. Ihre Aufzeichnung. Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe. Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Import-Dokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Vates einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden, also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Herden, wohnt im Josiah-Sick-Sweeten-Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir könnten hier aufräumen. Okay, Ordner fehlerhaft. Und Zubehör gibt es hier. Keins. Okay, hier kommt auch derzeit keiner angelatscht. Da hinten ist einer. So. Ui, da oben ist der. Boah. Boah, 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 boah. Ich verstecke mich mal hier drin. Kam jetzt einer? Ich glaube, jetzt kam einer angerannt, oder? Ha. Gehen wir mal wieder raus? Wo ist? Wow. Wow. Jetzt ist es zu spät zum Verstecken. Jetzt ist es zu spät, um in den Schrank zu kriechen. Oh. Dem sind wir aber gerade so entkommen. Also ich hoffe mal, dass wir die einfach ausknipsen können irgendwie. Sollten ja bloß die beiden hier sein. Schleichen wir uns mal an den an. Boah. Boah. Komm schon. Boah. Boah. Heieiei. Was hat denn jetzt los? Ach Mann. Wenn sie zu viel leer machen, machen sie das Alien auf sich aufmerksam. Aktuellen Speicherstand laden. Mann. Kann man die nicht umhauen? Die Scheißviecher. Na toll. Jetzt bin ich wieder hier. Na toll. Na toll. Echt, hey. Mann. Ich dachte, man kann die Dinger einfach umnieten. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber nein. Geht natürlich nicht. So. Deshalb machen wir jetzt hin. Wir wissen ja, was es hier zu holen gibt. So. Geräuschmacher. Können wir zwei Stück bauen. So. Na, wo war es hier? Geräuschmacher. Zack, zack, zack. Und noch einer bauen. Okay. So. Dann hätten wir das. Dann werden wir mal nicht allzu viel Lärm machen. So. Und nach unten. Mit dem Hebel. Okay. So. Das könnten wir nicht benutzen. Das hier konnten wir nur benutzen. Und das hier können wir auch schon mal benutzen. Was da nach und nach alles rausgefahren kommt. Ladungspack. Und da ist auch schon das Köfferchen. Was ich gesucht habe. Vielen Dank für die Blumen. Und jetzt decken wir uns hier. Und jetzt decken wir uns hier wieder rein. So. Zack. Zugriff gewährt. Das ging fix. Aber wir sind es jetzt auch schon gewohnt. Wir wissen jetzt. Wir wissen jetzt. Wir wissen jetzt, wie das geht. Okay. Dann kriegen wir wieder durch den Schacht durch. Und diesmal lassen wir uns nicht erwischen. Keinen Fall. So. Erkennen Sie mich nicht. Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na. Na. Suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. So. Der hat auch den Revolver verloren. Sehe ich gerade. Hat es den vorher nicht angezeigt gehabt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen durchs Dunkel zu kriechen hier. Weil ich weiß ja. Wo es lang geht jetzt. So. Da können wir uns ein bisschen Akku sparen. Im Gegensatz zu vorhin. Ziel aktualisiert. Verschaffen Sie sich Zugang. Zum Aufzug. Jetzt liegt der Revolver nicht mehr da. Wie ihr seht. So. Der Typ ist da oben. Wo ist denn der hin? Da wird der irgendwo stehen. Ladungspack und Schrott. Kamerafeed. Überwachungskamera deaktivieren. So. Der kommt jetzt aber nicht hierher, oder? Oder? Vielen Dank.